Hallo bei InGupYourPen. Heute möchte ich euch mal wieder ein Vintage Stück vorstellen. Ich würde es als als Youngtimer bezeichnen, weil es noch nicht so lange aus der Produktion heraus ist. Und zwar geht es heute um den Waterman Charleston. Wie immer will ich euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Waterman Charleston. Und zum Schluss ziehen wir wie immer ein kurzes Resümee und ich sage euch, wo ihr ihn vielleicht noch bekommen könnt, was ihr ungefähr dafür ausgeben müsst und ob es sich lohnt ihn zu kaufen. Dann beginnen wir jetzt hier bei InGupYourPen. Das ist er, der Waterman Charleston. Waterman ist ja eine Firma, die ich sag mal in letzter Zeit nicht so viele neue Produkte herausbringt und ab und zu findet man nochmal Vintage Stücke. Ich habe den hier bei Kleinanzeigen gefunden und wie ich denke zu einem sehr günstigen Preis bekommen. Er war ohne Box und ohne Konverter. Insofern konnte ich da noch ein bisschen handeln. Der Waterman Charleston wurde gebaut von 2002 bis 2008 ungefähr und er ist so eine Hommage an den Waterman 100-Year-Pen. Der kam 1930, 1940 oder von 1930 bis 1940 wurde der hergestellt. Das ist ein, ich sag mal, ein Füllfederhalter, der in der Art Deko-Zeit herauskam oder Art Deko-Elemente hatte. Und ja, ein sehr, ich sag mal, nachgefragter Füllfederhalter auch war. Aber heute sind kaum noch Exemplare erhalten, weil der hatte hier so einen Kunststoffteil hier oben. Der war so translucent, würde man sagen, also so ein bisschen durchsichtig. Und dieser Kunststoff ist dann irgendwann spröde geworden und ist da kaputt gegangen. Aber als Hommage, sag ich mal, ist es kein Remake, aber als Hommage an diesen Waterman 100-Year-Pen hat man den Waterman Charleston geschaffen. Der Waterman Charleston ist aus Kunststoff, ein klassischer Füllfederhalter. Den gab es in diesem Schwarz, in einem Blau und, was ich auch ganz schön fand, aber der ist leider auch sehr schwer zu finden, in einem Rot. Rot sag ich schon, in einem Gelb, entschuldigt bitte. Natürlich nicht in einem Rot, in einem Gelb gab es den. Und das sieht sehr cool aus eigentlich. Aber ich habe den, wie gesagt, hier in Schwarz. Den gibt es in Schwarz mit silbernen Verzieher-Elementen und in Schwarz mit goldenen Verzieher-Elementen. Ja, so sieht er eben aus. Normalerweise gehört da eine Box dazu, gehören noch Papiere dazu. Das war aber hier bei meinem nicht dabei. Ich kann schon mal sagen, was er gekostet hat. Ich habe inklusive Versand, habe ich 60 Euro dafür bezahlt. Das ist ein echter, echter, guter Preis. Ansonsten müsst ihr bei Ebay so ungefähr 180 Euro, allerdings dann mit Box und Converter bezahlen. Insofern ist es wirklich ein Schnäppchen gewesen. Entschuldigung. Ja, also versuchen wir mal hier die Kappe abzudrehen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Eine Umdrehung. Ja, etwas mehr als eine Umdrehung, aber ziemlich genau eine Umdrehung und dann ist die Kappe ab. Das ist eine Kunststoffkappe mit diesen Metallapplikationen. Ich kann hier mal zeigen. Der Clip ist fest, aber funktional. Völlig in Ordnung. Werfen wir mal einen Blick rein. Also hier alles Kunststoff. Oben seht ihr die Schraube, die den Clip dann hält. Ja, ist eine vernünftige Verarbeitung, aber jetzt nichts Aufwendiges, weil es wie gesagt auch hier nur Kunststoff ist. Mit dem Abschlussring hier unten. Aber alles solide verarbeitet, wie man es auch von Waterman kennt. Hier oben seht ihr das Waterman-Logo. Ich muss hier mal ein bisschen besser zoomen, dass ihr hier ein bisschen mehr seht. So, das Waterman-Logo. Also das sieht alles sehr gut verarbeitet aus. Muss man einfach sagen. Dann schauen wir uns mal den Füllfederhalter selber an. Der Waterman Charleston. Der hat eine... Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen näher rangehen. So, mal gucken. So kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Genau. Also hier seht ihr schon, Waterman Paris. 18K 750er Goldfeder. Die ist rodiniert und die ist auch recht klein im Verhältnis zum Füllfederhalter. Ich werde noch mal ein bisschen rausziehen, sodass ihr den als Ganzes sehen könnt. Also es ist keine riesige Feder, aber es ist eine sehr schön schreibende Feder. Sehr seidig-weich schreibende Feder. Ich habe den eben schon mal ausprobiert. Und muss sagen, bin da wirklich mit den Schreibeigenschaften sehr, sehr zufrieden. Ansonsten, Griffstück ist etwas schmal, aber völlig in Ordnung. Ich nehme das mehr so hier an der Verschraubung etwas höher. Man kann es natürlich auch etwas tiefer greifen, aber da ich eher breite Griffstücke mag, nehme ich es etwas weiter oben. Dann haben wir hier noch so ein Band. Das ist so ein bisschen an die Art-Decot-Zeit erinnert. Hier steht schon mal France. Dann habt ihr diese Art-Decot-Stilelemente. Und hier steht dann Waterman mit diesen Elementen. Das ist also auch so ein Metallband, was sie hier eingearbeitet haben. Und das soll halt an die Art-Decot-Zeit und an diesen Waterman-Handu-Dier-Pen erinnern. Ja, dann schrauben wir mal auf. Hier haben wir Kunststoff auf Metallgewinne. Immer so ein bisschen so ein Kritikpunkt von mir. Konverter habe ich schon befüllt. Ich habe auch hier einen Waterman-Konverter mir geholt. Der kostet so um die 10 Euro aktuell. Aber das ist eine Investition, die sich, denke ich mal, lohnt. Tinte ist auch schon drin. Ist Pelikan 4001 Königsblau. Ja, ansonsten ist hier wenig zu sagen dazu. Schauen wir uns mal den Schaft an. Auf das Band sind wir eben schon eingegangen. Auch hier alles klassisch mit Silber-Applikationen. So wie man das eigentlich auch von einem klassischen Füllfederhalter erwartet. Werfen wir mal einen Blick rein. Ja, auch unspektakulär, alles Kunststoff. Könnt ihr sehen. Da ist nichts, was irgendwie erwähnenswert wäre. Okay. Ja, soviel zum Aufbau des Waterman Charleston. Dann setzen wir ihn wieder mal zusammen. Und dann machen wir gleich mal Maße und Gewicht. Der Füllfederhalter ist aufgrund seiner Kunststoffkonstruktion mit diesen nur leichten Metallapplikationen auch kein Schwergewicht. Er wiegt 25,7 Gramm, befüllt mit Tinte und dem Konverter. Im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte, misst er 13,5 Zentimeter. Wenn ich ihn schreibbereit halte, dann seht ihr auch in meiner recht großen Hand, passt das ganz gut. Dann misst er 12,1 Zentimeter, also auch von den Maßen her völlig in Ordnung und nichts Auffälliges daran. Aber ihr könnt die Kappe auch aufstecken, aufgrund der Tatsache, dass es eine Kunststoffkappe ist. A sitzt sie fest und B wird er auch nicht zu schwer. Man könnte ihn so verwenden. Er wird dann auch nicht zu groß, sondern liegt dann genau bei 15 Zentimetern. Okay, so viel zu Maßen und zum Gewicht. Und dann schauen wir uns als nächstes mal die Schreibeigenschaften dieses Füllfederhalters an. Dazu müssen wir hier mal ein bisschen fokussieren. So sieht das ganz gut aus. Also wir haben heute hier vor uns den Waterman. Charleston. Ähm, der hat eine B, 750, 18k Goldfeder. Ähm, Tinte ist Pelikan. 4001, Königsblau. Also ihr seht schon, das ist eine schöne Ausprägung, die ist wirklich dann auch breit, diese Feder. Papier ist wie Maclair Fontaine. DCP, 160 Gramm. Okay, so viel dazu und dann könnt ihr jetzt wie immer mal hören, wie der Füllfederhalter hier, aber erst mal muss ich noch ein bisschen, ach ne, ist eigentlich ganz gut. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, wollte noch ein bisschen schärfer stellen, aber es ist eigentlich ganz gut. Dann könnt ihr jetzt mal hören, wie der Füllfederhalter hier übers Papier gleitet. Also super, angenehm, butterweich, ähm, traumhaft hier, wie er übers Papier gleitet. Und, ähm, super Tintenfluss auch, braucht ihr nicht irgendwie da nachhelfen, ähm, der ist perfekt, der Tintenfluss. Auch hier für die breite Feder, da kommt ordentlich Tinte. Ähm, gibt so gut wie kein Feedback, also eine hervorragende Feder. Ist ein absolut angenehmes, super angenehmes Schreiben. Haben wir einen Moment offen gelassen und versuchen mal schnell das Schreiben und schauen mal, ob er gleich da ist und ob der Tintenfluss nachkommt. Gut, sofort da. Auch hier gar kein Problem, Tintenfluss kommt jederzeit mit und gibt hier keine Schwierigkeit. Also auch schnelles Schreiben funktioniert prima. Versuchen mal verkehrt herum zu schreiben. Da kratzt es. Also klingt nicht angenehm, schreibt sich nicht angenehm, wir sind da im Bereich EF. Aber er hält durch, das würde auch gehen. So, dann schauen wir mal, ob wir in diese Goldfeder ein bisschen, ach so, guckt mal hier, hier zeige ich euch nochmal, ich halte den ein bisschen weiter oben, den Füllfederhalter. Man könnte ihn auch hier halten, aber so finde ich es angenehmer für mich zu schreiben. So, dann schauen wir mal, was die Goldfeder hier so ein bisschen an Variationen noch bereithält für uns. Ja, ein bisschen ist drin, aber nicht viel. Und zum Schluss nochmal Tintenfluss. Ja, ganz hervorragend. Okay. So viel zum Schreibtest des Waterman Charleston. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Pelikan hätte ich beinahe gesagt. Waterman Charleston. Jetzt zeige ich euch nochmal. Also mir gefällt sehr gut das Design. Das ist Geschmackssache. Viele finden, dass dieses Band hier, dieses Art Deco-Band ausschaut, als müsste man die Kappe weiter aufschrauben. Also weiter auf den Schaft aufschrauben. Ich finde das nicht. Mir gefällt dieses Design hier. Mir gefällt auch dieses Band. Ich mag Jugendstil, ich mag Art Deco. Insofern ist das schon etwas für mich. Mir gefällt natürlich diese Goldfeder. 750er Goldfeder, butterweiches Schreiben, super Tintenfluss. Sensationelle Schreibeigenschaften kann man überhaupt nicht meckern. Das ist ein wirklich fantastischer Füllfederhalter. Und es ist schade, dass der eigentlich nicht weiter produziert wird. Er liegt gut in der Hand. Clip ist okay. Also man kann sich eigentlich nicht mehr wünschen. Besonders schön würde ich es natürlich finden, wenn ich jetzt nicht den schwarzen hätte, der sehr klassisch ausschaut. Sondern dieses gelbe Modell. Das sah wirklich sehr, sehr cool aus. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ja, aber wie gesagt, mir gefällt auch hier dieses klassische schwarz-silberne Modell sehr gut. Auch das goldene Modell sieht gut aus. Also schwarz-goldene Modell. Das habe ich auf Fotos gesehen. Kann man jetzt auch nicht meckern, muss man dazu sagen. Was gefällt mir weniger? Naja, ich habe es euch vorhin gezeigt. Was ich immer als Kritikpunkt so ein bisschen habe, ist, dass wenn ich ein Metallgewinde und ein Kunststoffgewinde aufeinander habe, also hier Griffstück schafft, kann das sein, dass es dann nicht so lange hält. Muss nicht sein. Aber ist halt ein Punkt, wo wir zwei verschiedene Materialien haben, die es ein bisschen schwieriger machen können. Ansonsten, das Griffstück nach meinem Geschmack, aber das ist wieder ein persönliches Empfinden, könnte ein bisschen kräftiger sein. Dann müsste ich es nicht im oberen Teil oder im oberen Bereich halten. Das ist auch noch so. Aber das ist meine persönliche Sache. Da kann man jetzt Waterman hier keinen Vorwurf machen. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Ja, und zum Schluss, also der Füllfederhalter sieht gut aus. Der sieht klassisch, ich sage mal, wunderbar aus. Aber wenn ich eine Hommage an meinen 100-Year-Pen mache, weiß ich nicht, ob man dann einfachen Kunststoff verwenden muss. Vielleicht kann man diese Hommage auch ein bisschen wertiger umsetzen, sage ich mal. Aber ist wirklich handwerklich sehr gut gemacht. Schreibeigenschaften, habe ich euch ja gesagt, fantastisch. Es ist einfach nur die Frage, ob Plastik oder Kunststoff hier der richtige Werkstoff für so eine Hommage an einen herausragenden Füllfederhalter der 30er, 40er Jahre. Dafür, dass das richtige Material ist. Das ist meine Meinung dazu. Ja, würde ich ihn mir wieder kaufen? Ich habe euch ja gesagt, ich habe den für 60 Euro inklusive Versand bekommen. Dafür auf jeden Fall. Also wenn ihr so ein Schnäppchen findet, kauft euch den Waterman Charleston. Würde ich dafür 180 Euro ausgeben. Also er ist schon sehr gut. Die Feder ist zwar klein und nicht spektakulär, sage ich mal. Aber sie hat wirklich tolle Schreibeigenschaften, gerade als breite Feder. Sie ist nicht gebrandet als breite Feder, aber so vom Schriftbild her gehe ich von aus, dass es sich um eine breite Feder handelt. Das ist schon toll. Und wie gesagt, eine 18k Feder ist jetzt nicht so zu verachten. Und Schreibeigenschaften sind schon, ja, Engländer würde sagen Outstanding. Sind schon richtig gut, muss man sagen. Also, es ist was Besonderes. Es wird nicht mehr produziert. Muss man sich überlegen für 180 Euro. Auch mit diesen Art-Deko-Elementen. Die sind jetzt nicht so, dass sie überbordend sind, sondern sie sind ja eher klein auf diesem Band am Schaft gehalten. Aber dennoch sind sie da. Und wer das mag, der sollte sich schon überlegen, ob er sowas sich zulegt. Und für 180 Euro bekommt er dann halt auch Box und Converter dazu. Gut, das sind jetzt keine Riesensummen. Kann man sich auch so besorgen. Aber nur der Vollständigkeit halber sei es hier erwähnt. Ja, soviel zum Waterman Charleston aus den Jahren 2002 bis ca. 2008. Habt ihr in Waterman Charleston welche Erfahrung habt ihr damit? Seid ihr mit der Goldfeder genauso zufrieden? Beziehungsweise seid ihr so begeistert, wie ich es bin von der Goldfeder? Schreibt es mir in den Kommentaren. Teilt es mir dort mit. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos liked. Wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.